Hallo liebe Games-CH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Chocobo GP, Square Enix Antwort auf Mario Kart 8. Weshalb der Funracer mit Final Fantasy Bezug uns durchaus Spaß gemacht hat, gegen den Platzhirsch aber dennoch kein Land sieht, erfahrt ihr im folgenden. Chocobo GP ist, genauso wie das ähnlich gelagerte, seinerzeit für die erste Playstation veröffentlichte Chocobo Racing, Teil des Final Fantasy Universums. Anders als der Name des Spiels vermuten lässt, nimmt ihr natürlich nicht bloß mit den in Final Fantasy 2 eingeführten Vogelwesen an den Rennen teil. Stattdessen finden sich unter den insgesamt 23 Fahrern auch einige aus Final Fantasy oder der Chocobo Serie bekannte Charaktere wie Gilgamesch, Irma oder Adalbert Steiner wieder. Mit ihnen nehmt ihr online oder lokal an Einzelrennen, Zeitfahrt-Challenges oder Rennen teil oder stürzt euch in den Geschichte genannten Story-Modus. Das Spielprinzip erinnert dabei frappierend an das aus Mario Kart. Denn ähnlich wie dort driftet ihr in Chocobo GP durch Kurven, sammelt Power-Ups ein, um auf den überwiegend sehr kompakten Rundenkursen am Ende nach Möglichkeit ganz oben auf dem Treppchen zu landen. Jeder Charakter besitzt individuelle Werte für das maximale Tempo, Bodenhaftung, Beschleunigung und Drifts. Letztere geben euch, wenn ihr sie ausreichend lang haltet, einen Boost, genauso wie das Ausführen von Tricks bei Sprüngen. Zudem ladet ihr in den Rennen Energie für eine Spezialfähigkeit, das sogenannte Maginit, auf, das ebenfalls bei jedem Charakter einzigartig ist. Gilgamesch macht dessen Schwertheiliger etwa kurzzeitig unverwundbar, zudem schleudert ihr dabei Schwerte um euch herum, mit denen ihr Gegner stoppen und damit zurückwerfen könnt. Von Ilfrids Feuerwehrwagen aus lasst ihr wiederum eine Flammenmauer los, die sich automatisch nach vorne auf dem Kurs ausbreitet. Der auf Rollschuhen fahrende Chocobo wird ebenfalls kurzzeitig schneller und unverwundbar, hinterlässt dabei aber auch Blumenringe auf der Strecke, die jeden leicht beschleunigen, der hindurch fährt. Mindestens genauso entscheidend für euer Abschneiden in den Rennen sind die für alle nutzbaren Power-Ups. Mit manchen platziert ihr Wasserfallen auf der Strecke oder dürft einen Feuerball nach vorne schleudern, um damit einen vor euch fahrenden Kontrahenten abzuschießen. Besonders hilfreich ist auch ein Portal, das ihr direkt vor euch erzeugt und über das ihr entsprechend ein gutes Stück weiter vorne wieder auf der Strecke zurückgesetzt werdet. Besonders schön daran, auch von anderen erzeugte Portale könnt ihr für einen solchen Sprung nutzen, solange das Ding aktiv ist. Fahrt ihr hingegen durch das Ausgangsportal, werdet ihr auf der Strecke auch weiter nach hinten zum Eingangsportal zurückversetzt. Ähnlich wie in Mario Kart verändert sich insbesondere durch die Nutzung dieser Fähigkeiten ständig die Reihenfolge und es ist meist bis kurz vor Schluss möglich, die Rennen in letzter Sekunde doch noch zu gewinnen oder eben doch noch kurz vor dem Überfahren der Ziellinie abgefangen zu werden. Das macht die Rennen entsprechend spannend und unterhaltsam gegen echte Mitspieler, kann aber gerade im Story-Modus gegen die KI nerven, da es eben auch recht stark vom Glück abhängig ist, ob ihr die dort geforderte Zielvorgabe erreicht, die nicht immer, aber doch eben oft Platz 1 lautet. Deshalb würden wir euch auch empfehlen, anders als wir nicht unbedingt damit zu starten oder euch zumindest nicht durchgehend daran festzubeißen. Denn Spaß hatten wir aufgrund des hohen Einflusses des Glücks auf das eigene Abschneiden im Story-Modus zeitweise wenig. Spielen müsst ihr den Story-Modus jedoch zwingend, denn so einige der spielbaren Charaktere könnt ihr nur dort überhaupt freischalten. Für die Freischaltung anderer benötigt ihr zusätzlich in allen Spielmodi gesammelte Coupons, die ihr zudem in alternative Skins, Fahrzeuglackierungen, Sticker oder neue Menü-Hintergründe investiert. Die Fähigkeiten und Stats bleiben dabei aber immer gleich, ihr könnt euch also keinen unfaireren Geschwindigkeitsvorteil oder ähnliches erspielen. Die Ausbote an Coupons ist ordentlich, wobei ihr dennoch einige Zeit investieren müsst, um wirklich alles freizuschalten. Beschleunigen könnt ihr den Prozess durch Mikrotransaktionen, wobei wir über die Preise für die Mitril-Kristalle, die ihr auch auf den Strecken sammelt, um damit stufenweise Coupons zu erhalten, noch nicht sagen können. Und klar bleibt ferner, inwieweit sich unsere Testversion, die offenbar einer Art Premium-Fassung entspricht, von der ebenfalls zum Start verfügbaren Free-to-Play-Version unterscheidet. Aber immerhin habt ihr durch Letztere die Möglichkeit, das Spiel selbst einmal auszuprobieren, um besser entscheiden zu können, ob Chocoboo GP für euch eine brauchbare Alternative zu Mario Kart 8 ist oder eben nicht. Für uns ist es genau das allenfalls begrenzt. Wir mögen das Angebot an Fahrern, uns gefällt der visuelle Stil und sogar die dudelige Musik. In praktisch allen Bereichen aber muss Chocoboo GP teils deutlich hinter Mario Kart 8 zurückstecken. Es gibt sozusagen nur zwei Geschwindigkeitsklassen, die sich Anfänger und Meister nennen, statt zig Kubikzentimeterklassen, wobei die Anfängerstufe uns deutlich zu langsam ist. Das Streckenangebot ist nicht ansatzweise so üppig und kreativ wie in Nintendos Vorzeige-Funracer, woran auch die gespiegelten Varianten der Kurse nichts ändern. Zudem könnt ihr lediglich die Rennserien sowie die angepassten Rennen auch im Splitscreen-Modus auf einer Switch angehen. Gemeinsam mit anderen könnt ihr also nur im lokalen Netzwerk oder online loslegen. Da vor dem Launch noch zu wenig Spiele aktiv waren, konnten wir etwa den Chocoboo GP-Modus, in dem Turniere mit bis zu 64 Teilnehmern oder besser gesagt mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale und Finale ausgetragen werden, noch nicht selbst ausprobieren. Gemeinsam mit bzw. gegeneinander wird Chocoboo GP gewiss mehr Spaß machen als allein gegen die KI. Aber auch dann wird Chocoboo GP kaum in der Lage sein, Mario Kart 8 den Rang abzulaufen. Für wen bald 8 Jahre nach dessen Ur-Release auf Wii U bzw. beinahe 5 Jahre nach dem Launch der Deluxe-Version für Switch langsam die Luft raus ist, der sollte Chocoboo GP aber zumindest eine Chance geben. Weitere Details zu Chocoboo GP sowie unserem geschriebenen Testbericht Nipswertung findet ihr wie immer auf Games.ch. 1. 4. 4. 9. 9. 14. 14.